Hallihallo meine Lieben. Meine Süßen aus Lara und ich sind heute in Münster. Richtig Lara? Ja, genau. Super! Da gehen wir nicht hin. Oh mein Gott, da bewegt sich. Wir waren gerade schon im DM. Ich habe mir Wasser gekauft. Ja, Lara hat Angst vor dem Koala. Es ist gar kein Koala, es ist ein Panda. Und dann habe ich mir noch was bei DM gekauft. Wollt ihr nachher ein Haul? Das ist nur eine Sache. Und Lara, wo gehen wir jetzt hin? Weekday oder so. Bis gleich. Lara, die blöde Fotz hat heute noch nichts gegessen. Und während sie überlegt, wo wir essen gehen, gehen wir zu Douglas. Maus, lach mal. Das ist eine schöne Flasche. Genau. Dieser penetrante Parfümgeruch steigt mir in die Nase. Okay, also Lara hat mir gerade gesagt, dass sie den hat. Ich habe den, aber der ist immer noch zu dunkel für mich. Und das hier, und das hier, und das hier. Ist das nicht diese Better Than Sex Mascara? Nee, Rollerlash. Oh. Leute, wenn ihr gute Make-up-Recommendations habt, dann let us know. Outfit-Check. Wir sind jetzt gerade hier bei Dior. Ich finde, wir sollten auch aus so einem Bildschirm, oder? Ja. Hier, ich hatte so dieses Lipglow-Ding. Ja. Und das ist einfach verschont. Ich weiß nicht, was das ist. Das kann direkt sein. Doch. Das nimmt auch nicht. Komm, 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 komm. Ah, das ist kein Brun, so Lara. Okay, Lara empfiehlt mir den von Benefits. Das ist hübsch. Weil ich möchte halt lernen, wie man so Smoky-Eye macht, das hier. Aber ich kann das halt gar nicht. Und Meinung zur Better Than Sex Mascara. Ich habe halt voll die Fliegenbimpern. Das heißt, ich brauche irgendwas mit Wasser fest, damit die oben bleiben. Sieht aber pretty aus. Oh mein Gott, Junge, wer will denn sowas kaufen? Digga, guck mal, voll fake AdWords-Heifungen. Was ist das? Auf Wiedersehen. Wir gehen jetzt. Geben Sie bitte. Auf Wiedersehen. Münster ist so schön, wow. Ich wohne hier. Hey Lara, wer ist eigentlich deine Lieblings-Youtuberin? Boah, eigentlich gucke ich keinen YouTube, aber nur für Dina habe ich mir halt YouTube installiert. Wow, cool. Ja, ne? Okay, wir gehen jetzt zurück der Shoppen. Ey Leute, das ist cute, oder? I think it's very much very cute, wie teuer. 25, okay. Hyper. Emotional. Ja. Das ist cute. Das. Oder? Ja? Okay. Gut. Und das finde ich auch sehr süß. Schön. Was halte ich von der Cap? Ich habe mal so einen Rand auf dem Schädel. Vielleicht für Part 2. Oder auch nicht. Komm schon mal so einen Rand auf dem Schädel. Nicht sû. Ich gehe mal auf dem Schädel. wipes dem Schädel zu den Schädel. Vielen Dank.